Hallo ihr Lieben! Hi nun ist fast schon vorbei und da öffne ich für euch das neue Türchen in meinem literarischen Adventskalender. Seid mir herzlich willkommen! Heute lese ich eine fantastische Geschichte von meinem lieben Freund Frank Bonkowski, die heißt Bob entdeckt Weihnachten. Seid gespannt! Und natürlich wieder aus diesem wunderbaren Buch Weihnachts-Wundernacht-Band 7 erschienen im Brendo Verlag, herausgegeben von Thomas Klappstein, auch einem guten Freund von mir. Aber heute von unserem gemeinsamen Freund Frank Bonkowski, die Geschichte Bob entdeckt Weihnachten. Die Samtkatze Felis Margarita sieht eigentlich genauso aus wie die Hauskatzen. Nur hat ihr Fell, wie der Name schon sagt, die Farbe von Sand. Was durchaus hilfreich sein kann, wenn du in der israelischen Wüste lebst und nicht weiter auffallen möchtest. Bob war so eine Sandkatze bzw. ein Sandkater, dem es eigentlich ganz recht war, nicht aufzufallen. Damals in Israel wäre niemand auf den Gedanken gekommen, eine Katze freiwillig in sein Haus zu lassen oder gar auf den Schoß zu heben, um sie zu streicheln. Stell dir vor, du rufst gerade die Familie zusammen, um gemeinsam den festlich gedeckten Weihnachtstisch zu genießen. Plötzlich schreit Tante Gerda, weil sie eine fette Ratte hinter dem Truthahn entdeckt hat, die sich in letzter Sekunde in Sicherheit bringen kann. Etwa so hat man im antiken Israel auf Hunde und Katzen reagiert. Eklige, schmutzige Dinger, die man besser miedt. Deswegen lebte der sandfarbene Bob unauffällig und weit weg in der sandigen Wüste und war sich durchaus bewusst, dass er bei den Menschen nicht gewollt war. Während die meisten seiner Freunde sich irgendwann damit abgefunden hatten, unscheinbar oder sogar abstoßend zu wirken, hatte Bob jedoch einen Traum. Nur einmal, nur einmal im Leben möchte ich etwas Wichtiges tun. Ich möchte wertvoll sein. Ich möchte gesehen und gemocht werden. Wie so oft kam die Chance, etwas Heldenhaftes zu tun, durch eine Tragödie zustande. Sandkatzen ernähren sich hauptsächlich von Insekten. Nun war es so, dass aus unerklärlichen Gründen, Katzen sind natürlich keine Biologen, die so ein Phänomen erklären könnten, in diesem Frühling Insektenknappheit herrschte. Als der Hunger deshalb immer unerträglicher wurde, entschlossen sich die Katzen, eine Versammlung einzuberufen, um gemeinsam nach Lösungen zu suchen. Aus allen Ecken waren sie gekommen. Ein junger Kater wusste zu berichten, dass Insekten auch in den umliegenden Städten knapp waren, obwohl die Situation da immer noch besser wäre, als hier in der Wüste Judah. Es wäre sowieso viel zu gefährlich, in die Städte zu gehen, miaute eine wunderschöne Katze. Wenn wir dort gesehen werden, vertreibt man uns und schmeißt mit Steinen nach uns. Nur ein dunkler Kater hatte auch etwas Hoffnungsvolles zu berichten. Es geht das Gerücht um, dass mitten in dem königlichen Tempel, den Herodes gerade renoviert hat, ein riesiger Feigenbaum steht neben einem kleinen Teich. Dort soll es nur so wimmeln von Insekten. Ach, so muss der Katzenhimmel sein, miaute die wunderschöne Katze wieder. In diesem Moment war Bob klar, was er tun musste, um seinem Volk zu helfen und endlich einmal wichtig zu sein. Also sagte er, ich werde mich in den Tempel schleichen und herausfinden, ob wir irgendwie an diesen Insektenbaum gelangen können. Es folgte eine längere Diskussion, ob solch ein Vorhaben nicht viel zu gefährlich sei, aber da in allen der Magen knurrte und die Situation so aussichtslos schien, entschied man sich schließlich, Bob loszuschicken. Ach, du bist so mutig, hatte die wunderschöne Katze beim Abschied noch geschnurrt. Die Erinnerung an diese Worte half ihm sehr, als Bob sich ein paar Tage später total verängstigt durch die Straßen Jerusalems schlich. Um ehrlich zu sein, wäre er ohne diese Worte wahrscheinlich längst zurück in seine sichere Wüste gelaufen. Spätestens als ein kleines Kind ihn gesehen und mit Steinen nach ihm geschmissen hatte. Nimm das, du ekliges Viech! Jetzt stand Bob endlich vor dem riesigen, beeindruckenden Tempel. Nur wurde das große Tor dieser Festung von zwei mächtigen Soldaten mit Speeren und Schwertern bewacht. Trotzdem nahm unser kleiner Held seinen ganzen Mut zusammen und ging auf die beiden zu. Was fragst du, es hier zu kommen? brüllte einer der beiden. Weißt du nicht, dass dieses Tor dazu da ist, um niedere Kreaturen wie dich von den wahrlich wertvollen Lebewesen zu trennen? Du hast hier absolut nichts verloren. Nun geh, bevor wir unsere Geduld verlieren. Aber Bob war einfach zu neugierig und zu hungrig, um auf die Wächter zu hören. Er fand ein Loch in der Palastmauer, schlüpfte hindurch, sprang über eine niedrige Hecke und fand sich tatsächlich im Tempel des Herodes wieder. Sein Herz klopfte, als er sich aufmachte, um den Insektenbaum zu finden. Durch dunkle Gänge gelangte er schließlich zum Innenhof mit dem Schlossgarten. Das Gerücht stimmte tatsächlich. Da, da hinten, von großen Fackeln beleuchtet, stand ein Feigenbaum und überall krabbelten und flogen die leckersten, buntesten Insekten, die er jemals gesehen hatte. Als Bob leise und fast ehrfürchtig auf den Baum zuschlich, schon völlig unerwartet, wie aus dem Nichts, der Falke des Königs vom Himmel auf ihn zu. Bevor seine scharfen Krallen sich in Bobs Fleisch bohren konnten, rettete der kleine Kater mit einem gewagten Hechtssprung sein Leben und rammte durch die Dunkelheit zurück zum Tor. Bevor die Wächter, die Bob schon von weitem kommen sahen, ihn anhalten konnten, blieb dieser von selbst vor ihnen stehen und sagte zackhaft, »Ihr braucht mich nicht anzuschreien. Ich habe verstanden, dass ich nicht an diesen Ort gehöre. Ich habe meine Lektion gelernt. Es gibt wichtige Lebewesen und niedrige, so wie mich. Ich werde nie wieder versuchen, euren Frieden zu stören. Denn auch, wenn ich mich in eurem Palast schleichen kann, werde ich in eurer Welt nie vollkommen sein. Willkommen sein. Ich werde nun in meine Wüste zurücklaufen, wo ich unsichtbar bin und wo ich hingehöre.« Aufhin ließen sie ihn passieren. Die Heimreise kam Bob wie ein Albtraum vor. Er schlich durch dunkle Straßen und gelegentlich flogen wieder Steine in seine Richtung. Aber er nahm das alles gar nicht richtig wahr. Denn er hatte ein Stück vom Himmel gesehen. Aber auch gelernt, dass er dort nicht hingehörte. Er hätte ein Held sein können. Aber dafür war er viel zu feige. Sein Schicksal war es, für immer nirgendwo willkommen zu sein. Sein Traum würde sich nie erfüllen. Weit vor den Toren der Stadt, kurz vor seiner Wüste, sah er ein Lagerfeuer und hörte Stimmen und Gelächter. Von einem sicheren Versteck in einem Baum aus beobachtete er eine Handvoll Hürden, die sich um ein wärmendes Feuer gruppierten. »Wie nennt man einen Römer, der sich Schafe leiht?« »Lamborghini!« »Hirten, die sich am Lagerfeuer blöde Witze erzählten.« »Stehen ein Schaf und ein Rasenmäher auf einer Wiese.« »Sagt das Schaf, mäh«, antwortete der Rasenmäher, »du hast mir gar nichts zu befehlen.« Der kleine Kater fühlte eine seltsame Verbindung zu diesen lustigen Männern am Lagerfeuer. Hürden waren in Israel nämlich ähnlich schlecht angesehen wie Katzen. Sie versuchten zu überleben, sie versteckten sich vor den Blicken der wichtigen Menschen. Für die Menschen Jerusalems waren sie nur eine Bande von Unreinen. Deswegen verachtete man sie und wollte nichts mit ihnen zu tun haben. Fast wäre Bob zum Feuer gelaufen, aber das traute er sich dann doch nicht. Plötzlich bemerkte der Kater einen ungewöhnlichen Stern, der immer näher kam. Die Hirten registrierten ihn gar nicht. Erst die folgende Explosion ließ sie aufschrecken. Alles war ein grelles Licht getaucht und ein Engel erschien. Die Hirten knieten sich ängstlich auf den Boden. Bobs Haare standen senkrecht und er fiel fast aus seinem Baum, auf den er sich zum Schlafen gelegt hatte. Da begann der Engel zu sprechen. Ihr braucht euch nicht zu fürchten. Ich bringe euch eine gute Nachricht, über die im ganzen Volk große Freude herrschen wird. Heute ist euch in der Stadt Davids ein Retter geboren worden. Es ist der Messias, der Herr. An folgendem Zeichen werdet ihr das Kind erkennen. Es ist in Windeln gewickelt und liegt in einer Futterkrippe. Und dann kamen noch andere Engel dazu und brüllten etwas von Ehre und Herrlichkeit und Frieden und das auf allen hier Gottes Wohlgefallen Ruhe. Und dann war es auch schon wieder dunkel und die Engel waren verschwunden. Die Hirten fingen sofort an zu diskutieren, was jetzt zu tun sei. Das klang aber schon ein bisschen nach einer Einladung, meinte einer. Ein Bärtiger konnte sich partout nicht vorstellen, dass die Familie des Messias gerade uns zu Besuch haben möchte. Doch dann sprach der Jüngste der Hirten, einer ohne Bart. Der Messias ist ein König, aber er ist nicht in einem Palast geboren, sondern in einem Stall. Und die Engel haben doch gesagt, die gute Nachricht ist für uns, für die Kleinen, für die Außenseiter. Bitte lass uns dort hingehen. Bob sprang von seinem Baum und fühlte sich plötzlich ein bisschen wie eine Superkatze, groß, leicht und stark. Die Worte der Engel, dass Gott ihn, den Außenseiter, mag und dass sein Wohlgefallen gerade auf denjenigen liegt, die sonst keiner will, das war fast noch schöner als der Satz der wunderschönen Katze. Bob überlegte eine Weile, ob er gemeinsam mit den Hirten zum Stall laufen sollte. Aber irgendwie schien ihm das nicht richtig. Er hatte seine Aufgabe zwar nicht erfüllen können, aber er würde seinen Mitkatzen eine wunderschöne, wichtige Geschichte erzählen können. Vielleicht würde dieser Gott, dessen Wohlgefallen auf ihnen lag, ja auch eine Lösung für ihr Problem mit der Insektenarmut haben. Auf jeden Fall schien dieser Schöpfer sie zu mögen. Und so erfüllte sich Bobs Traum am Ende doch noch. Und so hoffe ich von ganzem Herzen, dass sich auch eure Träume am Ende doch noch erfüllen. Und vielleicht ist dieses Jahr Weihnachten ein guter Zeitpunkt dafür, noch einmal alte Träume auszupacken und weiter zu träumen und weiter darauf zu hoffen, dass sie in Erfüllung kommen. Denn an Weihnachten ist uns Gott geboren, der Retter. Er ist einer von uns geworden, um uns auf dem Weg zur Erfüllung unserer Träume zu begleiten. Vielen Dank, lieber Frank, dass du diese Geschichte mit uns geteilt hast und uns so viel Hoffnung damit machst. Ihr Lieben, ich wünsche euch noch einen schönen Tag und freue mich drauf, wenn ihr morgen wieder zuschaut und mir das nächste Türchen in meinem literarischen Adventskalender öffnen. Bis dann, tschüss!